Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Ferro 4747. Ferro ist einer der jungen Newcomer, welche über Instagram ihren Weg in die Deutschrap-Szene gefunden haben. Seine Familie stammt aus Mardin im Südosten der Türkei. Die Provinz hat die Provinznummer 47, welche er in seinen Künstlernamen integriert hat. Jetzt ist es an der Zeit für sein Debütalbum. 47 beinhaltet 14 Tracks, Features wurden bislang noch keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Epic Records Germany und erscheint als Box. Kollegah Alpha Gene 2. Der Boss kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Nachdem Kollegah in den letzten Monaten vor allem durch private Angelegenheiten von sich reden machte, ist es jetzt an der Zeit, wieder musikalisch für Schlagzeilen zu sorgen. Es ist Kollegahs 8. Soloalbum und der 2. Teil seines ersten Soloalbums Alpha Gene, welches im Jahr 2007 erschien. Alpha Gene 2 kommt mit 24 Tracks, als Feature wurde bis jetzt nur Asche bekannt gegeben. Das Album kommt über Alpha Music Empire und erscheint als Box. Ringo 111, Masterplan. Die 111er sind eine Rapgruppe aus Hamburg. Die Clique ist seit mehreren Jahren aktiv und bringt jetzt das erste richtige Release. Nachdem das Album verschoben wurde, ist es jetzt schließlich soweit. Masterplan beinhaltet 16 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Maxwell, Safir und Taimo. Das Album kommt über 111er Records und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.